Ja, Elfmeter, hoffentlich die nächste Route. Bitte! Ey! Mann! Keine Route! Der Kopfball geht wieder nicht rein. Das sind alles 100%. Ja, ich darf das Spiel nicht gewinnen. Ich werde dieses Spiel nicht gewinnen. Ihr werdet sehen. Ich... 88. Minute. 88. Minute, Digga. 88. Minute, greift an. Greift an. Greift an, ihr kleinen Missgestalten. Eingreifen! Mann! Jetzt kommt er auch noch durch. Jetzt kommt er auch noch durch. Jetzt kommt er auch noch durch! Mann! Mann! Von den OP-Lupfern, ja, von denen habe ich gehört. Sollen wir den mal testen? Komm, wir testen den mal. Ja, eben. Ja, eben. Was ist denn jetzt passiert? Hä? Was? Was? Digga, was? Nein, er hat mich an der Mittellinie gefreut. Es gibt Elfmeter für mich. Walkout. Walkout. Ikone! Bruder! Roulette! Roulette! Was ist hier los? Was ist hier los? Was? Was sind denn? Fuck. Vitor! Ey, er ist doch vorbei. Hä, was? Ich kann nicht mehr. Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? So, konzentriert bleiben. Ja. Oh mein Gott. Oh du geil. Oh mein Gott, Digga. Oh ich siebio. 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 Oh mein Gott. 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 Digga, nein. 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 Ihr wisst es ja selber, wie ich mich in die. Oh mein Gott. Milan, was war das für ein Tor? Was war das denn? Was war das denn? Hey. Digga, das ist mir nochmal immer gut. Oh mein Gott. Dieser Vadi hat gerade einen Tanz aufgeführt. Was war das, Junge? Irgendlicher, englischer Volkstanz oder was war das? Das war das, Junge. Das war das, Junge. Ja. Das war einfach Januar, Februar, dann kurz einen abgeseilt. Die haben abgefiffen. Die haben abgefiffen. Schwör. Die haben ja echt abgefiffen. Was? Paul Pogba. Jetzt vielleicht. Und ich glaube, da haben sie diese Situation unbeschadet überstanden. Paul Pogba. Alles umhell. Alles umhell. Nein, Golan, Digga. Du kleine, elendige Schlampe. Dich finde ich sowieso noch. Messi. Ja. Ja, klar. Das war bald bei mir abgeblockt, Digga. Kein Bock mehr, Jungs. Raus. 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 Ich will es mir gar nicht angucken. Was? Was? Wie fährt Deutschland? Guten Tag. Nein, nein. Stark. Der hat einfach nicht mal angezogen, ne? Ich habe gar nicht reingeguckt, Junge. Wow, Felix. Die Gelegenheit. Gute Aktion. Da ist die Flanke. Und da geht der Ball vom Posten ins Aus. Oh. Ach du Scheiße. Was habe ich getan? Clip, clip, clip. Oder was? 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 Ich habe es aber geschafft, den Gegensatz zu dir. Was ist das? Was war das? Ich bin doch da. Ich bin doch da. Ich wusste es. Ich habe dieses Gespür. Neymar will einfach zu mir. Neymar und ich habe so eine Bindung. Wir sind beide Wuselig auf dem Platz. Ich bin auch so ein Dribbelkünstler. Neymar, mach doch mal bitte. Neymar-Move. Das hätte ich genauer gesehen. Wieso wurde ich so bestraft quasi? Ne, bestraft wurde ich nicht. Das ist ein cooler Job. Aber wieso habe ich kein Glück gehabt, du tappt ein besseres Spielerbild. Guck mal, wir ruhen. Guck mal, was du... Freunde, das ist doch krass. Aber wenn er in dieser Partie wiegt und sagt, es gibt kein Momentum oder was auch immer, der hat doch nicht alle Latten am Zaun. Also mal ganz ehrlich, Alter. Jetzt bohrt hier irgendein Nuttensohn. Ach, Mann. Ja, der kriegt den Ball wieder. Komm, der Eindruck geht noch. Jungs. Oh, nein. Eto, du hast sogar nichts gemacht, die Runde. Warum kriegst du... ETO! Mag sein. Mal aufzubohren! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Warum? Warum? Warum ist dieser Spiel seit Ruhigend? Hey, hey! Warum ist dieses Spiel seit Ruhigend? Bis zum nächsten Mal.